Ja, grüß Gott, servus, Rützenhürtel, Leute, was geht ab? Es ist, äh, welcher Tag ist heute? Freitag? Oh, da wird's aber laut im Hintergrund. Freitag! Zeit für Ditte hier! Leute, ich sag's euch, wie's ist, ich bin süchtig nach dem Scheiß, ich kann nicht mehr anders. Ich hab, äh, gestern Nacht heimlich ein bisschen gespielt. Ich muss gestehen, weil ich hab, äh, ich bin ein bisschen rumgeritten und wollte noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich wollte einfach diesen Elden Ring Itch so ein bisschen kratzen. Ich wollte nicht wirklich was machen, ich wollte einfach nur rumreiten und ein bisschen Waffen auf Gegner hauen. Und vielleicht hab ich ein oder zwei Stellen entdeckt, wo ich noch nicht war. Okay? Vielleicht ist das passiert. Vielleicht ist das passiert. Aber ich verspreche, dass ich dann sofort umgedreht bin bei der einen Stelle. Um nicht weiterzugehen. Bei der anderen Stelle bin ich auch nicht viel weitergegangen. Ich hab nur eine Sache gemacht, die ihr 100 pro nervig gefunden hättet, wenn ich sie im Stream gemacht hätte. Und das ist alles. Ansonsten, ich bade mir meine Hände in Schuld. Unschuld, aber es ist auch nicht so leicht für mich. Müsst ihr auch mal so sehen. Ich zock dieses Spiel. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Okay? Ich zock nichts lieber als Elden Ring. Und ich zocke es eigentlich nur im Stream. Das heißt, eigentlich hab ich Urlaub. Und Streamen ist eigentlich auch Arbeit. Es ist insofern natürlich auch Hobby und Arbeit. Das ist halt das Problem, wenn man Hobby zum Beruf macht. Ich will nicht jammern, aber es ist so. Aber es ist so beides. Nur Ich würde natürlich auch gerne mal mit offener Hose hier sitzen und mit dem Finger in der Nase popeln und Elden Ring spielen. Das mach ich natürlich nicht, weil ich gut erzogen bin und ja, so was nicht einfach im Stream mache. Gut, ich seh schon, es ist schwer hier auf Mitleid zu stoßen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss Disziplin haben, nicht einfach weiter zu zocken, wenn ich nicht offiziell streame. Manchmal ist es vielleicht halb ein Uhr nachts und ich will einfach nur eine Stunde Elden Ring spielen. Aber es lohnt sich jetzt nicht, um halb eins nachts noch mal den Stream anzumachen für eine Stunde. Und deshalb ist das dann so manchmal, wenn man ... Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Und deshalb mache ich manchmal nichts anderes, dass ich einfach nachts durch Elden Ring reite. Wie so ein Idiot. Und es ist sogar so weit, dass ich an Items vorbeireite, die ich sehe und noch nicht eingesammelt habe und sagt, naja, das hebe ich im Stream auf. So, jetzt geht es mir besser, nachdem ich das einmal von der Leber habe. Moment, ich muss einmal das Fenster aufmachen. Ich schwitze, weil das ist so ein ... Das ist halt richtig in mir ... Ich bin ein ehrlicher Typ. Chat. Das ist auch hier eine sehr wackelicke. Das hält nicht mal lange her. Elden Ring 2 können wir in dieser Position nicht spielen. Nachts, wenn alles schläft, reitet Eddie durch Elden Ring und guckt nach dem Rechten. Das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Die Straßen in Elden Ring sind nachts sicher. Da könnt ihr von ausgehen. So, that being said, möchte ich an der Stelle kurz sagen, bei Rocket Beans läuft jetzt gerade das Spielejahr. Welches? 2008. 2008. Lass mich kurz aus dem Kopf überlegen, ob ich ein Spiel kenne aus 2008. Aus dem Kopf. Lass mich kurz überlegen. Das ist sechs Jahre. Vor sechs Jahren. 2008. Was? 16 Jahre. Oh Gott. Okay. Ja, ja, ja. Ist ja cool. Ich hab's ja noch. Okay. Joe Biden hier. Also. 16 Jahre. Was kam denn vor 16 Jahren aus? 2008. Ich muss kurz überlegen, wo ich da war. Da bin ich gerade ... nach Hamburg gezogen, oder? Das ist 2008. Lass mich überlegen, oder war ich da noch in Köln? Ich 2009 nach Hamburg? 2008. Was hab ich denn in Köln noch gezockt am Ende? Sag mal so, Simon dachte noch, er wäre noch bei Giga 2008 gewesen. Nee, der war schon längst in Hamburg, der Trottel. Der hat schon Game One gemacht. Warte, warte, warte. Wie wär's mit Bioshock 1? Oh, ja. Ist es dabei? Muss ich kurz nachschauen. Das weiß ich grad nicht auswendig. 2007. Ah, knapp. Okay. Warte, warte, warte. Was haben wir noch? Was haben wir noch? 2008. Fallout 3? Fallout 3? Fallout 3 ist korrekt. 2008, ne? Ja. Vielleicht werden wir in API geschickt. Oh, ich hab noch was. Ich hab noch was. 2008 müsste gewesen sein Arkham Asylum. Oh, echt? Oder? Dann kam's später. Ich glaub, das kam später. Ja. Vielleicht war das ein bisschen später. Ich schau mal. 2009, ja. Tut mir leid. Knapp, 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 knapp. Okay, 2008. 2008. Brauchst du einen Tipp? Ja. Ein GTA-Teil. Ja, gut, das kann nur GTA 4 sein. Mist, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Nico Bellic, ja, 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 ich erinnere mich. Hat alle PCs erhitzt, das Ding. Das war richtig schlimm. Warte mal, was hab ich denn? Das muss Playstation 3 gewesen sein, ne? Ja. Playstation 3. Oh, auch ein Mittelgier kam raus. Ui. Och. Boah, ey. 2008. Also, FIFA 2009. Genau. 2008. Was kam denn da raus? Ich hab kein Call of Duty. Neues. Mhm. Modern Warfare Remake. Nee. Aber Modern Warfare 2 kam doch da auch raus. Hä? Ich sehe da nur eins gerade. Modern Warfare 2, sagst du? 2022. Nee, 2009. Aber knapp. Ja. Und von wem war das drin? Das war ... Okay, das war die Xbox 360-Zeit auch. Da hab ich viel gezockt eigentlich auf der Xbox 360. Das muss gewesen sein. Oh, auch ein großer EA-Titel. Borderlands? Borderlands. Borderlands 2009. Mann! Das gibt's doch gar nicht. Ich bin 2000 ... Das Problem ist, ich geh grad die Spiele durch, die ich auf meinem Beamer in meiner ersten Wohnung hier in Hamburg gespielt hab. Hast du da Battlefield? Und das muss offensichtlich ... Ja, Bad Company. Ja. Bad Company 2. Nee, eins. Eins. Aber Bad Company 2 kam das Jahr drauf, glaub ich, oder so. Battlefield Bad Company, ja. Große Sony-Titels, ich glaub noch. Yeah. Also groß. Also IPs, die neu waren von Sony. Äh, ja, dieses ... Mmh. Mmh. Killzone. Killzone? Killzone war ... 2004. Oh, Jesus Christ. Okay. Was? Wie lange gab's denn die PlayStation 3? Nee, das ist PlayStation 1, oder? Oder 2? Killzone. Nee, das mein ... Nee, nee, nee. Killzone für PlayStation 3. Ach ja, kam auch für PlayStation 3, aber auch für PlayStation 2. Killzone 2 kam für PlayStation ... Äh, 3 in 2009. Vielleicht meinst du das. Ja, mein ich das. Und dann gab's dieses Open-World-Spiel, wo man dieses Monster war. Äh, wie hieß das noch? Hm? Könnte auch einiges zu treffen. Ja, warte, 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 warte. Ah, wie hieß das noch mal? Die Typen haben danach ein anderes Spiel gemacht, auch Open-World. Und zwar haben die danach ... Ich glaub, Spider-Man gemacht. Ach, die Ratchet & Clank, Leute. Äh, in Zoppen, Jack. Ja, und was haben die davor ... Prototype. Prototype? Echt? Prototype? Kam 2009. Das gibt's doch gar nicht. Wo war ich? War ich 2008 in einem Koma? Sagt dir vielleicht Spore etwas. Ach ja, Spore, ja. Oder ... Will Wright. Was? Braid ist doch ein großer Xbox-Inti-Di-Di-Di. Ja, Braid, dieses Sidescroller mit dem Rückwelt-Spul-Funktion. Das hat mich grafisch angeekelt. Das ist ja noch mal ein Remake. Ich weiß, aber ich find die Grafik ekelhaft. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Das ist so, wie wenn Leute mit ... Mit ihren Fingernägeln über die Tafel ziehen. Weißt du? Oder so bestimmte Keramiken kann ich nicht anfassen. Und Braid kann ich nicht angucken. Das Spiel ... Der Typ sieht so weird aus, der Charakter, mit der großen ... Nee, das mag ich nicht. Der Twister ist ja ganz cool. Ja, die Idee von dem Spiel ist schon ganz gut. Aber nee, ich kann es nicht spielen. Dann Force Unleashed. Das leider nicht glücklich lower ist. Wäre lustig gewesen. Far Cry 2. Hm. Ist auch eher ... Kein Bezug zu ... Schwierig. Fable 2. Ja, nie gespielt. Castlevania, Order of Ecclesia. Order of Ecclesia, ja. Das ist für ein 3DS. Oh, echt? Oder für den DS. DS? Der 3DS kam ja erst 2013. Ja, ja, für den DS. Oder Advance sogar. Das habe ich auf jeden Fall durchgespielt, klar. Putterpong. Das war ja auch so ein PSP-Ding. Nee. LittleBigPlanet. Nee. Gears of War 2. Nee. Mirror's Edge. Ja, war ... Mirror's Edge war ... Da war die Idee besser als das Spiel. Es ist nicht schlecht. Aber es hätte auch noch viel besser sein können. Und die Grafik, also dieses Hellshading und dass alles weiß ist, wo du langlaufen kannst, oder rot und das ... Aber die Idee, so Ego-Perspektive, Parcours, finde ich nach wie vor gut. Hm ... Crisis Core, Final Fantasy VII. Ja, das ist ganz okay. Persona 4. Hm, sehr gutes Spiel. Professor Layton, das kam jetzt von der Dorf, war das der erste Teil. Oh, das ist nicht. Oh, das ist gar nicht mehr. Ray's Driver Grid. Mäh. Burnout Paradise. Mäh. Melike Sol 4. Mäh. Super Smash Bros. Brawl. Mäh. Akira Chronicles. Sehr gutes Spiel. Ja, tatsächlich. Sehr gutes Spiel. Kann man sogar noch in 7 spielen. Gibt's eine schöne Remake-Version da. Ja, gibt's wieder, glaube ich, 6 Teile oder so. Ja, absolut, ja. Echt gut. Teil 4 und Teil 1 wurden nochmal remaked. Was gibt's noch? Komm, hit me. Hit me with another one. 25, oder? Das war schon was ... Ja. Ja, wir haben noch 24 Titel. Schwaches Jahr. 2008. Oh. Oder? Also, GTA zieht's natürlich enorm raus, aber ... Kannst du ja mal sagen, was die Top-Wertung innerhalb unserer Redaktion ist. Oder welches Spiel wurde am besten bewertet innerhalb unserer Redaktion. Ja, GTA 4 auf jeden Fall. Ich muss nachschauen. Das läuft nicht klar. Safe. Guck mal nach. GTA 4 war ein Meilenstein. Das muss man einfach zugeben. Selbst wenn man kein GTA-Fan oder Open-World-Fan ist, aber das war der Next Step im Open-World-Storytelling. Das ist einfach so. Aber was kam vor GTA 4 aus? Wie hieß GTA war das? San Andreas? Ja. Müsste das gewesen sein, oder? Kann sein. Hab ich nie gespielt, tatsächlich. Oder weißt du, die Storys sind vielleicht noch für die PS4? San Andreas hab ich nie gespielt. Oh. Oh. Ja. Oh. Ich bin ja nicht so der Riesen-GTA-Fan. Oder Red Dead Redemption. Es ist ja mein, das ist ja so mein, mein großes Leid, dass ich mit mir rumtrage, dass ich, ähm, dass ich so schnell Interesse verloren hab immer an den GTA-Spielen irgendwann. Ja, versteh ich. Weil einfach dieses von A nach B fahren und der Beifahrer erzählt mir irgendeine Story, das kickt, das hat mich einfach irgendwann, ich bin ein ADHS-Kind, ich muss, ich brauch Action. Oder, äh, oder Kopf-Action. Also, weißt du, Schach ist ja jetzt auch keine Action, aber da ist wenigstens im Kopf-Action oder bei Strategie-Spielen ist es Kopf-Action. Aber ich kann nicht irgendwie auf einer Kutsche sitzen, eine halbe Stunde bis nach Mexiko und da erzählt mir der was von seiner Farm, äh, das ist alles, äh, da werde ich unruhig, wenn ich nur dran denke. Okay, ich hab die Wertungen für unsere Redaktion. Ich finde, NPCs sollten echt wenig erzählen. Richtig wenig. NPCs sollten, so wie in Elden Ring, die sollten zwei Sätze sagen. Und dann glücklich verschwurbelst du. Und du weißt nicht, was sie bedeuten. Und reitest einfach weiter. Das ist deshalb, ich sag ja, Elden Ring ist das perfekte Spiel für mich. Aber Audio-Logs und sowas wie in Bioshock ist ja auch, wo du es mir nebenbei mal laufen lassen kannst, ist es nicht... Ja, aber auch da, das hat man alles schon 80 Millionen Mark ab. Wie viele Audio-Logs von irgendeinem Doktor, der erzählt, dass das Experiment schiefgelaufen ist und dass der Patient aufgestanden und weggerannt ist und jetzt, äh, und er ihn in Zellblock D, äh, verloren hat. Wie oft? Wirklich. Oder? Brauch ich's nochmal hören? Vielleicht gibt's da irgendwann eine neue, bessere Erzählstruktur, wie man sowas machen kann. Ich, äh, 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 ich hab nichts gegen Story in Spielen. Ich komme aus, ich war früher riesen JRPG-Fan mit langen Textboxen und so weiter. Aber so heutzutage ist das irgendwie, ich bin zu ungeduldig. Ich bin ja auch nicht mehr jung. Ich hätt recht, ich hab Spiele immer verschlagen. Ich hatte die Seite nicht in Vollbild. Dead Space kam noch raus. Dead Space, sehr gut. Ja, hab ich immer noch nicht durch. Ja, aber bin ich schon recht weit jetzt bei dem Remake. Was? Oh, Left 4 Dead 1 kam noch. Ja, ist auch so Hassliebe. Left 4 Dead bin ich auch nie so richtig, äh, warm geworden. Haben wir Wipeout schon? Wipeout, ja, Rennspiele brauchst du bei mir nicht. So, und jetzt, was ist... Final Fantasy 13 war auch absolut... Final Fantasy 13 müsste auch 2008 gewesen sein, oder? Oder war's später? 13? Final Fantasy 13, guck mal nach. 2009. Leila. Ey, bei Teil 9 müsste dann da sein. Das hab ich nach 3 Stunden oder 4 Stunden hab ich's abgebrochen. Das war richtig scheiße. Da hat mich alles aufgeregt. Das Tutorial, was 25 Stunden dauert, jeder einzelne Charakter, als ein Typ, der hat ein Afro mit einem Tier, das in dem Afro lebt. Okay, da kann man drüber streiten, ob's eine lustige Idee ist oder nicht, aber alles an diesem Spiel hat mich abgefuckt. Das war nicht mehr mein Final Fantasy auf jeden Fall. Ab da ging, hat sich Final Fantasy in eine sehr komische Richtung entwickelt. Was? Waren das hier sogar zwei Teile, dass nochmal 13, 2 rauskam später oder so? Ich hab... Ne, X, 2. Also 10, 2 gibt's. 13? Aber kann sein, dass bei 13 auch irgendwas noch rauskam. Ich hab das nicht... Final Fantasy 13 fand ich ganz furchtbar. Und es war auch nur Open Schlauch. Es waren wirklich nur noch enge Gänge und Gelaber und Zwischensequenzen. Und es war nicht mehr, ähm, eine frei erkundbare Welt, wie ich das früher kannte. Frechert. Ah ja, 13 hatte auch einen Teil 2. Das ist ein bisschen bescheuert, dass man das vor Spielen macht, aber gut, machen wir jetzt beim Remake auch wieder ein paar Teil 7. Aber was ist denn jetzt das beste Spiel in unserer Redaktionswertung? Was sagst du? Bei 2008. Ja. GTA ist es nicht. GTA ist es nicht. GTA ist auf Platz 4. Was hast du nochmal alles vorgelesen? Aber du darfst jetzt nicht von oben nach unten vorlesen, ne? Ja, das ist gefährlich. Äh, wie war ich das am besten? Nach Alphabet. Ähm, Sekunde. Wir haben Battlefield Bad Company, Braid, Burnout Paradise, Call of Duty World at War, Castlevania Order of Ecclesia, Crisis Core Final Fantasy 7, Dead Space, Fable 2, Fallout 3, Far Cry 2, Warte, 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 Dead Space ist auf jeden Fall Top 3 und Fallout 3 ist auch Top 3. Weiter. Du merkst ja das. Ähm. GTA 4, Left 4 Dead 1, LittleBigPlanet, Metal Gear Solid 4, Mirror's Edge, Poderpong, Persona 4, Professor Layton und das Geheimnis für den Dorf, Race, Driver, Grid, Spore, Star Wars The Force Unleashed, Super Smash Bros Brawl, Valkyria Chronicles und Wipeout HD. Okay, ja, dann ist es auf Platz 1, also du sagst GTA ist nicht auf 1. GTA ist auf Platz 4. What? Ja. Okay, also ich kann ja auf jeden Fall sagen, Fallout 3 und Dead Space sind dann vor GTA viel, stimmt? Fallout und Dead Space sind vor GTA, ja. Und was haben die sich gewagt, noch da reinzunehmen vor GTA 4? Ist das die Redaktion oder die, die jetzt im Studio sitzen? Das ist die Redaktion, jeder konnte wohnen. Jeder konnte wohnen, okay. Ich bezahle mich nicht als Zeitredaktion. Wahrscheinlich, weil wir irgendwelche, ich möchte es nicht aussprechen, aber wahrscheinlich Super Smash Bros, weil wir so viele Smash Bros Fans haben. Brawl ist relativ weit unten. Okay, dann. Auf Platz. Also habe ich. Äh, 15. Okay, Gott sei Dank. Also wir haben auf Platz 4 GTA 4, ich sag mal auf Platz, das ist schwer zu sagen, 3 Dead Space, 2 Fallout 3. Nee. Okay, dann ist Fallout 3 1 und fehlt uns der zweite Platz. Der zweite Platz fehlt. Ich sag dir ein paar Namen, die das gespielt haben. Kuro. Ja. Markus. Timo B. Alvin. Gregor. Und Tristan. Ich sag nicht, was die geholt haben, weil dann kriege ich Ärger. Timo B. Timo B. Der zockt nur so Mainstream-Kram, ey. Ich weiß nicht, ob das Mainstream ist, was das ist. Ich glaube eher nicht. Nee. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Kuro, dann muss es auf jeden Fall eigentlich ein Konsolenspiel sein, oder? Gregor ist auch ein wichtiger... Gregor ist auch Konsole, also es ist auf jeden Fall ein Konsolenspiel, kein PC-Spiel. Ich guck mal, worauf es inzwischen erschien ist. Timo zockt. Teil einer Reihe. Kann ich vielleicht auch sagen. Aber es sind viele. Könnte es Metal... Ich kenn halt... Ich kenn mich mit Metal Gear nicht aus. Könnte es Metal Gear 4 sein? Metal Gear ist auf... Aber es kann nicht sein, dass das Platz 2 ist. Platz 6. Ja. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Aber ich bin ein bisschen... Battlefield, Bad Company war natürlich schon geil, aber das haben viel mehr Leute gespielt. Das ist deutlich tiefer. Das ist auf Platz 13. Okay. Sag nochmal die Liste, bitte. Einmal. Ich muss es noch einmal hören. Ganz schnell machen. Das haben wir noch nicht gehabt. Battle Gear, Bad Company, Braid, Burnout Paradise, Call of Duty World at War, Castlevania, Crisis Core, Fable 2, Park Ride 2, Gears of War 2, Left 4 Dead 1, LittleBigPlanet, Metal Gear Solid 4, Mirror's Edge, Padderpong, Persona 4, Professor Layton, das Game is for the Dorf, Race, Driver, Grid, Spore, The Force Unleashed, Super Smash Bros. Brawl, Valkyria Chronicles und Wipeout. Auf Platz 2. Das ist ja... Keins davon ist besser als GTA 4 und Fallout 3. Ja, darüber reden wir nicht. Also das sei schon mal gesagt. Keins von den Spielen, die du gerade gesagt hast. Da bin ich wirklich geschockt. Deshalb fällt es mir auch so schwer. Dieses Spiel habe ich nicht gespielt. Kann ich nicht beurteilen. Also wir reden vom Jahr 2008, Leute. Da musst du erstmal die Chuzpe haben, zu sagen, 2008 ist ein Spiel besser als GTA 4 und Fallout 3. Das waren revolutionäre Spiele, die die respektiven Genre, in denen sie erschienen sind, maßgeblich vorangebracht haben. Du hast auch keinen Mass Effect oder so genannt, ne? Nee. Mass Effect, wann kam das denn raus? Wahrscheinlich 2009. Nee, 2007. Okay, kam schon. Boah, ey. Chat kann mit raten. Das ist ja... Wisst ihr noch nicht, von daher. Hast du... Aber... Gears of War kann ich mir nicht vorstellen. Hast du Gears of War gesagt? Gears of War 2. Ist auf Platz 7. Hinter Battle Gear. Ja, ja, ja. Ich lese im Chat Far Cry. Ich lese im Chat Crisis Core. Crisis Core? Nee, Timo Born einmal hat nicht Crisis Core gespielt. Glaube ich nicht. Ich will mich darauf nicht aufhängen. Ich hätte auch nicht da eingeschätzt, dass er das kritisch hat. Nee, nee, nee. Das ist die Top-Liste der Redaktion zum Thema des Jahreszotters. Deshalb sage ich ja, das ist so ein bisschen... Fokussiert mich nicht mehr auf Kuro und Gregor, glaube ich. Ja, dann muss es Far Cry wahrscheinlich sein. Far Cry 2. Gregor bei Far Cry? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt auch wieder. Far Cry 2 ist der letzte Platz übrigens. Platz 25. Aber... Timo... Wir meinen mit Timo B, meinen wir Timo Bornheimer, ja? Ich glaube, wir haben doch einen Timo B, oder? Der hat doch nicht Persona 4 gespielt. Das glaube ich niemals. Gregor und Kuro würde ich zutrauen, dass sie das gespielt haben. Ja. Soll ich es auflösen. Fable? Ich habe keinen Bezug zu Fable, deshalb schneide das bei mir vielleicht so schlecht ab, aber vielleicht war das ein Hit. Ist es Fable? Nee, Platz 12. Jesus Christ, okay, dann jetzt sag's. Es ist Persona 4. Persona 4? Persona 4. Timo hat Persona 4, da werde ich ihn mal drauf ansprechen. Das will ich mal genauer wissen. Timo B hat Persona 4 gespielt. Auf Playstation 2. Das ist anscheinend... Okay. JRPG slash japanische Schul-Sozial-Simulation. Also Kuro und Gregor hätte ich sofort geglaubt, Persona 4 ist auch ein Top-JRPG, aber Timo B hat mich da rausgehauen. Und trotzdem, naja gut, man kann natürlich sagen, Persona 4 ist ein Superspiel, aber trotzdem kann das nicht über GTA und Fallout 3 liegen, meiner Meinung nach. Weil Persona 4 letztendlich auch nicht so komplett anders ist als Persona 3. Während Fallout 3 hat einfach mal das Fallout-Genre in die dritte Dimension gebracht. Ja, das war krass. Das war einfach... Das hat mich fast das Abi gekostet. Das war schon stark. 2008 könnte auch Demon's Souls gewesen sein. Nee, Demon's Souls war, meine ich früher... Demon's Souls war 2007 oder 2006, muss das gewesen sein. 2009. Nee. Demon's Souls. Demon's Souls. In Japan? Ah nee, in Japan 2009. In Japan 2009? In Europa 2010, was sind das für ein Blitz? Da hat mich wirklich cool an. Demon's Souls... Ja stimmt, logisch, der Trant hat's ja als neues Spiel damals gemacht für GameOne.de. So sind wir ja auch alle drauf gekommen. Trant war der Erste, den ich kenne, der es gespielt hat und davon erzählt hat. Tja. Interessant. Ja, also wenn ihr mehr dieser Diskussionen wollt, dann müsst ihr jetzt umschalten und zu Rocket Beans TV gehen. Ansonsten geht's jetzt hier immer weiter mit Elden Ring. Ich mach mal einen Bumper. Ich mach mal den Film ab. Aufsehen. Untertitelung des ZDF, 2020